Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Was kostet eine Alarmanlage? Herzlich willkommen bei Alarmexperte zu einer weiteren Expertenrunde mit Marco. Grüß dich Marco. Hallo Christoph. Hallo. Wir haben heute eine Frage bekommen, was kostet eine Alarmanlage? Kannst du uns dazu was sagen? Ja, sehr gern. Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, die lässt sich pauschal nie beantworten. Auf der einen Seite kommt es natürlich darauf an, für was für ein System entscheide ich mich. Das bedeutet, möchte ich eine kabelgebundene Alarmanlage oder beispielsweise eine Funk-Alarmanlage, habe ich ein bestimmtes Fabrikat oder eine bestimmte Firma, die ich mir aussuchen möchte und das Wichtigste ist natürlich, was möchte ich alles absichern lassen. Also wir haben ja hier die Möglichkeit, haben wir in dem anderen Video hier schon gesehen, dass wir Fenstertürkontakte nehmen können. Für die Außenhautabsicherung, bedeutet für alle Fenster und alle Türen. Dann haben wir ein Video, wir sehen über den Bewegungsmäler, das ist hier. Das ist, oder die sind für die Innenraumüberwachung. Heißt, wie möchte ich den Sicherheitsgrad bei mir im Haus regulieren? Das bedeutet natürlich, wenn ich alle Fenster und alle Türen absichern möchte, plus die Innenraumüberwachung und dann vielleicht noch einen Rauchmäler und einen Panikknopf dazu nehme, werden die Kosten natürlich höher, als wenn ich sage, nein, ich brauche nur eine Innenraumüberwachung und verbaue nur drei, vier Bewegungsmäler, sodass zwar jemand ein Fenster kaputt machen kann, aber den Innenraum nicht bewegen kann. Okay, bedeutet, wenn ich eine etwas günstige Alarmanlagenlösung habe, dann habe ich meist nur eine Einbruchmeldeanlage, also nur für den Fall, dass keiner da ist. Und wenn ich jetzt viele Fenstertürkontakte habe, dann kann ich auch absichern, für den Fall, dass ich eben zu Hause anwesend bin, beispielsweise, wenn ich schlafe oder ähnliches. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Zum einen kann natürlich die Alarmanlage, wenn ich sie als Hausalarmanlage verwende, zwar auch Alarm auslösen, es würde auch drinnen oder beispielsweise auch draußen laut werden, aber es würde niemand Bescheid bekommen. Dann kann ich natürlich auch die Alarmanlage, so wie wir es schon häufig gehört haben oder in den anderen Videos gehört haben, auf eine Leitstelle aufschalten lassen. Das bedeutet, es wird natürlich bei mir auch drinnen und draußen laut, aber es kommt immer noch eine Aufschaltung auf die Leitstelle, bedeutet, es wird Intervention ausgelöst. Okay. Bedeutet, im Grunde genommen muss man sich jedes Objekt einzeln anschauen und kann dann erst sagen, was denn tatsächlich für einen Preis am Ende daraus kommt. Und der Kundenwunsch ist natürlich auch sehr gut. Und der Kundenwunsch, genau. Welches Sicherheitsbedürfnis habe ich, das entscheidet den Preis. Alles klar. Danke Marco. Gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung. Vielen Dank.